So, und nun die berühmten Abschlussfragen. Bereust du etwas in deinem Leben? Ich bereue, dass ich nicht Musik studiert habe. Hast du noch Ziele und welche Ziele hast du in deinem Leben? Ich habe noch ein großes Ziel, ich möchte den Roman schreiben. Den Bestseller. Den Bestseller-Roman, um mit meiner Frau viele Reisen machen zu können. Hast du Empfehlungen für Jüngere? Also wir sprachen da gerade schon über das Theaterstück mit den Drogen. Dass die Kids eben von den Drogen die Finger lassen sollen. Man sollte wirklich die Finger von den Drogen lassen. Man sollte auch nicht, man sollte auch den Alkohol als Droge erkennen. Alkohol ist eine legale Droge, aber es ist auch eine Droge. Finger weg von Drogen. Und last but not least, bist du für etwas dankbar, besonders dankbar in den letzten knapp 60 Jahren? Ich bin sehr dankbar, ich betone das, dass ich meine Frau getroffen habe, mit der ich seit 44 Jahren verheiratet bin und die ich noch immer liebe. Danke. 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 Danke.